hallo ja lang ist her jetzt beinahe verlernst man das sagt aber ich bin wieder da nach langer party macherei der kurze hinweis einer sache wenn alles klappt läuft wie es sein soll der nächste leistung ist am samstag ab wann hättest du eine theoretische zeit ich will sagen von 18 bis 28 uhr und danach die aufnahmen ja okay dann ist auch schon mal erklärt weil wenn ich lust und laune habe fange ich mir früher an mal sehen was alles was zu machen ist bis dahin sollten wir umgezogen sein auf die neueste doch das krieg ich hin in der woche ein umzug über den ganzen verkauf auch den kriege er hat die ganze woche zeit umgeschweißt da muss auch ein bisschen lage da pga arbeitergeist stellen holz haben wir auch noch so viel da naja wir noch eine ganz normale ganz normal spielen können so ich habe nichts zu tun was gibt zu tun die kürzene strecke einfahren unser holz hat unser lager für stroh und silage ja und das sind entsprechend verkaufen lassen oder ist ziemlich viel an stroh und das wird keine großen summen bringen weil du kannst auch theoretisch ich dann wenn die ballen raussammeln lassen das ging auch und der equa der ballen geht da was weg wenn man sie lage die geld ein probieren kannst du dir mal eins normal wenn man ja mal schade wenn man weniger stroh eingelagert theoretisch dann dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Naja, jetzt haben wir ein bisschen was. Keine aktiven Produktionen. Das ist nicht. Ich meine, alle Produktionen stehen schon. Ja, okay. Sö, hast du die etwa ausgeschaltet? Eigentlich nicht. Ich nehme mich auch nicht. Es sei eigentlich nicht, normalerweise. Aber wenn ich was ausschalte, dann nur bestimmte Dinge. Also, wenn ein Absicht dahinter steht. Okay. Aber ist in dem Fall dann nicht dabei. Salat und Gemüse läuft auch nicht. Wo ist das Wasser alle? Weiß ich nicht. Dann wäre dahinter ein roter Punkt. Wenn alle wäre, dann auch egal. Also wegen Gemüse war es jetzt kein... Ich aktiviere mal wieder. Vielleicht weil es voll war, dann ein Aufgetter zu produzieren kann er sein. Und eigentlich nicht voll war, ne? Eigentlich nicht, ne. Macht nichts. Ich habe es aktiviert. Läuft. Okay. Der Bretter war eh egal, da war eh alle gewesen. Aber jetzt... Ein bisschen Geld mitverdienen können wir ja noch. Ich denke mal, der Wald muss weg, ne? Ja. Luppen brauchst du keine Fräse mehr. Das ist gut. Das ist gut. Hat keiner gesehen. Hast du nicht gesehen? Nein. Elblinde. Genau. B.U.T. Blind und Tau. Wow. Nee, Tau nicht. Doch nicht. Noch nicht. Nein, doch nicht. Blind eher ja. Ist halt kein Karotten. Ja. Ich habe mal so meinen Rumpel gesagt, mach mal das und das. Und dann hat er das gemacht. Da habe ich gesagt, wirst du wieder ein Affen dressiert. Ja. War nicht ganz so begeistert. Jetzt hat er die Zicke 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 Zicke. Ich wollte auch nur Spaß machen. Tja. Hat aber keinen Humor gehabt in der Beziehung. Ich war aber gerade so dabei Spaß zu haben. Ja. 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 jetzt musst du noch grad nägel herbringen für eine version ich habe dir eine mission noch fertig gemacht jetzt hat die ball noch gepresst gesammelt und alles abgebrochen da konnte ich die letzten ballen die noch im acker rumlagen oder einsammeln okay also die wahlen haben zumindest geld zu geld gemacht so muss wieder holz fällen alle jetzt haben wir müssen die 2000 drin sein ja auch nicht ganz 88.000 von den kleinen wald hier vorne so Das war's für heute. Jetzt wird's ein bisschen angenehmer. Das Fenster ist draußen, ist kühler. Das Fenster ist draußen, ist kühler. Das Fenster ist draußen, ist kühler. Das Fenster ist einigermaßen kühl. Ja. Draußen. Ich meine, wenn die Halle die ganze Woche nicht zu ist und Freitag, obwohl die haben Nachtcheck. Die werden vielleicht schon so schlau sein, aufmachen die Tür. Ein bisschen durchlüften. Hoffentlich, ne? Ja. Oder sie arbeiten gerne, aber werden, man kann auch sein. Ja. Das soll auch vorkommen. Aber wenn jetzt die zwei Tage um die 40 Grad warm wird und Sonnenent erscheint. Bei dir zumindest. Ja. Dann wird das schon schön heiß wie ein Entrennen. Ja. Ja. Also ich persönlich mag nicht so heiß. Ich denke, auf dem Bau hast keinen Schatten, nix. Ja. 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 OK. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020